Hey Leute und herzlich willkommen zurück mal wieder zur Logik. Heute geht es um Hornformeln und den Markierungsalgorithmus. Der Markierungsalgorithmus ist ein super leichter Algorithmus, um rauszufinden, ob eine Formel erfüllbar ist bzw. ob sie unerfüllbar ist. Das ist ziemlich geil. Leider hat man relativ selten die Chance, den wirklich anzuwenden, weil man relativ selten Hornformeln hat. Und den kann man leider nur bei Hornformeln anwenden. Jetzt genug der Einleitung. Wir wollen uns angucken, was ist denn erstmal eine Hornformel? Und dazu brauchen wir diese hübsche Normalform hier, die ich euch schon ein paar Mal gezeigt habe. Und zwar, wir dürfen hier drin nur Disjunktionen und dann hier eine Disjunktion, hier eine Disjunktion, aber die sind alle miteinander konjunktiv verbunden. Das bedeutet, ich habe innen drin, also in meinen Klauseln, das ist eine Klausel, habe ich nur oder drin stehen. Das hier und das hier. Und außerhalb, also meine Klauseln sind durch und verbunden. Und das hier ist einfach eine Klausel mit nur einem Element. Das ist auch eine Klausel mit nur einem Element. Und das Ausrufezeichen steht bei uns für Not. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir das in den bisherigen Videos gemacht haben, aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Okay, so. Und jetzt brauche ich für meine Hornformeln eine weitere wichtige Eigenschaft. Also erstmal brauche ich diese Normalform und da muss dann was gelten. Und zwar, ich darf in jeder Klausel maximal einen wahren Ausdruck, also ein nicht negiertes Literal hier drin haben. Ein Literal ist immer das hier, beziehungsweise das hier und das hier. Und jetzt darf ich in jeder Klausel maximal eins haben, wo kein Not davor steht. Das ist hier erfüllt. Wir haben hier offensichtlich ein Not A, hier haben wir ein Not B, also völlig in Ordnung. Hier haben wir aber ein C, das heißt, das ist unser eines Literal, das nicht negiert ist. Hier haben wir auch nur eins, aber wenn ich hier zum Beispiel A oder C hätte, könnte ich das nicht anwenden, diesen Hornalgorithmus, beziehungsweise Markierungsalgorithmus. Und hier genauso, wenn ich hier A oder B hätte, würde es auch nicht gehen, aber hier habe ich nur B, das ist auch in Ordnung. Hier habe ich auch gar kein positives Literal, was auch funktioniert. Also ich darf null negative Literal haben und ich darf auch sowas haben hier. Also das ist alles perfekt. So können wir damit arbeiten. Okay, sehr gut. Jetzt wandeln wir einfach mal diesen ersten Term hier um in eine Hornschreibweise. Und jetzt habe ich euch eigentlich schon gezeigt, wie man das Ganze machen kann. Also ich kann jetzt hier eine Implikation draus bauen. Und zwar relativ simpel. Wenn wir uns das jetzt angucken, hier muss ja, wenn ich das hier auf wahr kriegen möchte, dann muss entweder C wahr sein oder B falsch oder A falsch sein. Was im Prinzip dasselbe ist, wie es muss entweder A, also wenn A wahr ist und wenn B auch wahr ist, dann muss C wahr sein. Aber ansonsten gebe ich keine Aussage über C, das heißt, mir ist C eigentlich scheißegal. Und das passiert eben, sobald eins und den beiden falsch ist, weil ja dann die Formel hier schon wahr ist. Wenn eins und den beiden hier drin falsch ist, also A oder B, dann interessiert mich C nicht mehr, weil dann wird dieser Term hier eben auch nicht mehr wahr. Gut, das heißt, ich kann das jetzt mit jedem einzelnen, mit jeder einzelnen Klausel hier drin machen. Ich schreibe die gerade mal so kurz auf. Ihr könnt gerne mal mich pausieren und das als Übung machen. Und wir haben jetzt hier Not A oder C. Was ich mache ist, ich nehme die negativen Literale, also sprich die mit einem Not vorne dran, schreibe sie auf die linke Seite, schreibe ein Und dazwischen und naja, hier habe ich ja nur ein negatives Literal, also bleibt mir hier nicht mehr viel übrig. Und dann schreibe ich meinen Implikationspfeil und schreibe das einzige positive Literal, das ich drin haben darf. So, also die negativen hier drüben positiv hinschreiben und mit Und verknüpfen. Und das positive Literal, es darf nur eins geben, auf die rechte Seite. Okay, so, nächstes ist hier Not A oder B, das heißt, das negative ist mal wieder A, impliziert B. Und hier haben wir jetzt kein negatives Literal. Was wir dann machen ist, wir schreiben eine 1 vorne dran, das heißt, 1 impliziert B. Was hier steht, ist im Prinzip, B muss immer wahr sein, weil wenn diese linke Seite hier wahr ist, muss ja die rechte Seite wahr sein, damit die ganze Gleichung hier wahr wird. Und im Prinzip steht es ja hier auch, B muss immer wahr sein. Das ist im Prinzip das, was hier steht, sonst wird meine Und-Konjunktion niemals wahr. Okay, hier drüben steht jetzt, C darf niemals wahr werden, was ich dann aber so umschreibe als C auf die linke Seite wieder, wie wir es gewohnt sind, impliziert 0. Das heißt, wenn C wahr ist, habe ich ein Problem, weil das hier kann niemals wahr werden. Und so habe ich jetzt alles aufgelöst. Dieser ganze Algorithmus kann sehr, sehr komplex werden, wenn wir hier viele Gleichungen haben oder sehr, sehr viele Literale, aber das macht absolut gar nichts. Der Algorithmus selbst ist trotzdem super simpel durchzuführen. Okay, jetzt, das sind Hornformeln. Jetzt haben wir hier eine Menge aus Hornformeln und die bleiben tatsächlich so stehen. Ihr könnt die gerne wieder mit und verbinden, müsst ihr aber nicht. Man schreibt sie oftmals einfach nur so untereinander, dann hat man es besser zum Lesen. So, und jetzt führen wir den Markierungsalgorithmus durch. Und der ist gar nicht so komplex. Wie man es so schön nennt, er markiert gewisse Literale. Und wir fangen an bei den Literalen, wo 1 impliziert steht. Das heißt, 1 ist ja sowieso immer wahr. Wir markieren also diese 1. Wir färben sie jetzt einfach mal rot. So, wenn also 1 gilt, dann muss auf jeden Fall dieses B wahr werden. Und wir markieren uns sozusagen die Variablen, die wahr werden müssen. Okay, also wir schreiben hier überall, wo 1 impliziert steht. Also wenn ich jetzt hier noch eine Gleichung hätte mit 1 impliziert D, dann würde ich auch D markieren. Habe ich aber nicht, deswegen schreibe ich hier einfach nur das Ding hier und markiere es. Okay, das heißt B ist markiert. So, jetzt muss ich hier drüben überall weiter markieren. Alle Bs müssen markiert werden. Okay, das sind alle Bs. Und jetzt wären wir laut dem Algorithmus schon fertig. Weil wir haben hier links nichts mehr, wo alles markiert ist. Also ihr könnt euch sozusagen vorstellen, am Anfang werden alle 1er markiert. Und dann jedes Mal, wenn ich sonst nichts dastehen habe, muss ich die rechte Seite auch noch markieren. Das heißt, diese Formel ist schon erfüllbar. Weil wir hier auf der linken Seite keine Gleichung haben, die komplett markiert ist. C allein ist nicht markiert. A ist nicht markiert. A ist nicht markiert. Und A ist auch nicht markiert. Wunderbar. Ja, also sind wir hier schon fertig und unsere Formel ist erfüllbar. Jetzt drehen wir den Spieß mal ein bisschen um und schreiben hier A oder not B hin. Was das macht ist, es dreht mir diese Gleichung um. Im Prinzip steht hier dann am Ende B impliziert A anstatt A impliziert B. Und jetzt habe ich, ups, nicht weiß, weiß sieht man nicht so gut. Jetzt habe ich das Problem, hier auf meiner linken Seite muss natürlich mein B markiert werden. So, was jetzt passiert ist, meine rechte Seite muss auch markiert werden, weil hier steht ja noch ein B. Okay, wenn ich jetzt hier aber B impliziert A habe, dann muss ich meine rechte Seite auch markieren. Weil die linke Seite komplett markiert ist. Es kommt darauf an, ob die linke Seite komplett markiert ist. Das hier oben musste ich davor noch nicht markieren, weil A nicht markiert war. Das heißt, nur wenn beides markiert ist, muss ich auch meine rechte Seite markieren. Okay, jetzt habe ich hier aber A markiert. Jetzt muss ich sowohl dieses A hier markieren, als auch dieses A da oben markieren. Und wir sehen, in beiden Fällen haben wir die linke Seite komplett markiert. Sprich, ich muss auch die rechte Seite markieren. Und wo ist jetzt mein Rot hin? Ähm, naja, gut. Jetzt markieren wir also die rechte Seite komplett. Und wir sehen, C ist auch markiert. Jetzt haben wir aber ein Problem, weil hier unten ist auch noch ein C. Und das heißt, ich muss dieses C markieren. Und jetzt haben wir den zweiten Endfall. Wenn nämlich die linke Seite markiert ist und auf der rechten Seite steht eine 0, sprich C impliziert 0, dann müsste ich eine 0 markieren. Und markieren bedeutet auf 1 setzen. Ähm, und eine 0 auf 1 zu setzen, also 0 wahrzumachen, ist halt ein bisschen schwierig, ne? Und deswegen habe ich hier meinen nächsten Abbruchfall. Und zwar, diese Formel ist komplett unerfüllbar, weil mein C impliziert 0 niemals wahr werden kann. Aber C wahr sein muss, wegen eben diesen ganzen Markierungen hier. Okay, also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ihr habt am Anfang links ein paar Einsen stehen. Wenn ihr links keine Einsen stehen habt, ist eure Formel eigentlich schon mal an sich erfüllbar. Und ihr markiert all diese Einsen mit irgendeiner Farbe. Dann markiert ihr jeweils die rechten Seiten von eurer Eins und markiert alle Variablen, also in unserem Fall war es das B, markiert alle Variablen, wo dieses Literal vorkommt. Und wenn es auf der linken Seite komplett irgendwas markiert ist, dann müsst ihr die rechte Seite von der Formel auch markieren. Und das macht ihr so lange, bis ihr entweder links nicht mehr alles markiert habt, sprich nirgendwo mehr was markieren müsst. Und dann seid ihr fertig, dann ist eure Formel erfüllbar. Aber sobald ihr links ein einziges Mal auch nur alles markiert habt und auf der rechten Seite steht ein 0, habt ihr ein Problem. Also auch wenn ich jetzt hier sowas hätte wie C, Not C oder Not B, das wäre ja dann C und B impliziert 0. In unserem Fall macht es keinen Unterschied, weil C und B ist beides markiert und wir haben dann trotzdem impliziert 0. Das heißt, ich habe hier automatisch eine nicht erfüllbare Formel und habe somit eine insgesamt diese ganze Formel nicht erfüllbar. Ja, das ist der Markierungsalgorithmus und das sind Hornformeln. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.